Weinen Ja Lol Der zweite Hit Achtung Dennis Bruh, was war das von ihm? Achtung Dennis, du wirst gleich gestern verfallen Oh, alles safe, Alter Achtung Aber die Jungen, die haben keinen guten im Lineup No joke man, doch live vielleicht aber das bad Dennis, bei dir ein Spammer Keine Ahnung Die sind alle bad eigentlich Hab drei Leute, nur noch der Reward Der Reward kommt voll spät hoch, ist die schon um? Nein, ja jetzt um Ja, guck Der Bung ist doch nicht gestartet, Miko Ja dann eben ohne Blöcke, Junge Der Bung ist gestartet Und Blöcke sind grad eigentlich das wichtigste Was ich mitnehmen müssen Junge, was ist das für ein ADHS-Kind Hab rot, hab alle um, hab alle um Hab alle um Ich bin mal böse Er schreibt ja legit Nein Nee Nein, nicht legit Junge, wenn mir das nicht legit 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 Lern lesen, du schlag dich mit Stick Nee, mit Rottenvogel Das war's Ja Wo hat er sich Der Bau hat nochmal zwei Hits Der Bau ist 1-Hit, der Bau ist 1-Hit, geh rauf Hol den Bau Hol den Bau Wer ist denn deren Bogen? Leute, der war 1-Hit Wo ist denn deren Bogen? Der hat sich... Konto, geh rauf, er hat sich der unten eingebaut Hello Bogen down Nice Boah, der war 1-Hit, aber wie lange braucht ihr? Garten Uim ohne Blockryo Bogen ist die Stache Garten Uim ohne Blockryo Bogen ist die Stache Garten Uim ohne Blockryo Bogen ist die Stache Für ein ADHS-Kind Für ein ADHS-Kind Für ein ADHS-Kind Da wird LON-Konter richten, LONTA 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 wird gefickt Hacker Der Knockback Hab dich 10 mal geschlagen Wermis, Achtung, Achtung Wenn ich richtig klopfe, hörte ich so Ja, ja, Busted und sowas mit der Range User disconnected from your channel Bis kommen Wermis, pass auf, Wermis, pass auf Wermis, weißt du noch gegen Sekt Trifor, wo ich reingeschrien habe Achtung, EB, obwohl wir nicht bei meinem Channel waren Puh 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 Warte, mach mal Zeit, bitte Guck dir mal den Rotted an, man Guck dir hier, hier bekomm ich Rotted an Guck dir das an, ich bekomm auch Rotted Dich juckt es einfach gar nicht Guck dir das an Ich rade einfach hoch, oh WTF Guck Gull, kannst du mal wieder sitzen hier sind Rotted Ich wär halt runter gesprungen, hätte er mir hier den hinten nicht gegeben Guck Ich wär hier halt einfach runter gesprungen Ja, mindestens 10 Rotted Extиях, Mindestens Und jetzt hier am Ende meinen Knock auch Hier, jetzt mein Knock Stop, stop, stop Ok, was Was Ja, Busted Du Latten Warte, warte, wie heißt der Gegner, wie heißt der Gegner Wetter, kleiner Minecraft Kid Jetzt haben wir dich. Jetzt haben wir dich. Boah, keine Ahnung. Fettes Minecraft-Kind, Alter. Jetzt haben wir dich an den Eiern, Mann. Weißt du, der Rest unsichtbar ist, Bro. Du musst einfach nur zu dem springen. Die Ranch, man. Ich net shit. Wie heißt der? Heidi. Zahnspangen live, Zahnspangen live. Jo, Zahnspangen. Was? Das Shop. Ja. Ja. Diesen Hit bekommt man nicht. Nein, das geht nicht. Ja, scheiße, Mann. Junge, das ist Minecraft-Kinder, Alter. Such dir Leben, Alter. Scheiße. Mann, okay. Ah, shit, Mann. Ich bekomme keine Partikel. Ich bekomme keine Partikel. Hier nicht. Ich schlag dich kaputt. Scheiße, Minecraft-Kind. Du bist offiziell Bastet, Dennis. Weiß. Range hier war echt. Einfach zu obvious. Oho. Ja, Junge, wie soll man denn Hit bekommen? Übertreib. Ja, ja, genau. Genau. Aber dann über Yono bestellen und Bastet-Video machen, ne? Shit, guck, ich bekomme hier hinten den Hit nicht. Junge. Du bekommst ihn auch nicht, oder? Nein. Den bekommt man nicht. Und gar nicht von da, Junge. Was soll das? Den bekommt man nicht. Ich bekomme gar nicht. Aber erstmal Yono basteln, ne? Man! Ich lasse mal. Unten. Zehnmal mit Stick. Zehnmal mit Stick. Äh, Bemis lief gerade hier oben Kante, aber...